In diesem Video möchte ich dir, wenn du Bridge-Anwender, also wenn du Adobe Bridge benutzt, einfach mal zeigen, wie man einstellen bzw. wo man einstellen kann, welche Photoshop-Version eigentlich geöffnet werden soll, wenn du aus der Bridge ein Bild öffnen möchtest. Warum erkläre ich das? Ganz einfach, mich hat es irgendwann einfach genervt, dass immer wenn ich ein Bild aus der Bridge öffne, sich die falsche Photoshop-Version öffnet. Warum das Ganze? Aus dem einfachen Grund, ich habe zwei Photoshop-Versionen installiert. Zum einen aktuell 2020 und 2019. Ich fahre so ein bisschen doppelgleisig, weil es mit 2020 ja ein paar Probleme gab und so weiter, wie auch immer. Das werde ich zukünftig auch immer so handhaben, dass wenn eine neue Version auf den Markt kommt, ich immer noch eine Weile lang die alte Version parallel laufen lassen habe. Jetzt ist es aber so, dass die Bridge gerne mal einfach die falsche Version mit aufruft und ich will dir einfach mal zeigen, was man beachten muss und wo man das Ganze einstellen kann. Und deswegen springen wir einfach mal kurz auf den Rechner. Und es ist eigentlich ganz simpel und zwar gehst du einfach in die Voreinstellung deiner Bridge und gehst dann in den Menüpunkt Startscripte. Und hier kannst du im Prinzip einstellen, was wo und wie gestartet werden darf von der Bridge aus. und hier ist es zum Beispiel so, dass aktuell bei mir Adobe Photoshop CC 2019 aktiviert ist und genau, vorher sah das Ganze allerdings so aus, dass nach der Installation von der Bridge 2020 das Ganze so eingestellt war. Das heißt, 2019 wurde halt im Prinzip ignoriert, war ein bisschen ärgerlich beziehungsweise hat mich oft einfach genervt. Und wenn du das ändern möchtest, wenn du möchtest, dass Adobe Bridge Daten in 2019 öffnet, dann einfach das deaktivieren, das aktivieren, Bridge einmal neu starten und cool ist. Das ist das eine, das funktioniert basierend auf die Werkzeuge. Das heißt, wenn du zum Beispiel hier Photoshop nicht siehst unter Werkzeuge, was ja eigentlich da sein sollte, einfach mal hier checken, ob alles aktiviert ist, das was du brauchst. Ich aktiviere das jetzt einfach mal, starte die Bridge nochmal neu, gehe auf Werkzeuge und dann ist Photoshop auch wieder da. Okay, das ist die eine Sache. Das heißt, wenn du hier Photoshop nicht siehst, unter den Voreinstellungen Startscripte checken, ob hier auch die richtigen Photoshop-Versionen aktiviert sind. Und wenn du zusätzlich auch noch volle Kontrolle über deine Dateien haben möchtest, dann gehst du auf Dateityp Zuordnung und checkst hier einmal aus, was du alles an Dateitypen brauchst. Nehmen wir zum Beispiel einfach mal das JPEG, wo haben wir es? Hier und jetzt können wir hier zum Beispiel entscheiden, was passieren soll, wenn wir aus der Bridge heraus ein JPEG öffnen. Und hier können wir dann zum Beispiel sagen, okay, wir möchten Adobe Photoshop CC 2019 nehmen, genauso wie mit den Photoshop-Dateien, das heißt mit den PSDs. Wo sind sie? Wo sind sie? Die Photoshop-Dokuments, die wollen wir auch zum Beispiel in 2019 öffnen. Und so hast du beispielsweise volle Kontrolle darüber, welche Version, welche Datei mit welcher Version eigentlich geöffnet werden soll. Und du weißt jetzt auch, was du machen kannst, wenn du unter Werkzeuge zum Beispiel dein Programm nicht mehr siehst. Sei es Photoshop, Illustrator, InDesign, was auch immer, alles, was mit der Bridge in irgendeiner Art und Weise kompatibel ist. Und da muss man einfach Folgendes sagen, von der Bridge heraus ist alles abwärts kompatibel. Das heißt, du kannst von Bridge 2020 die 2019er Version deiner unterschiedlichen Programme ansteuern. Andersrum funktioniert das nicht. Das heißt, du kannst mit der Bridge 2019 nicht Photoshop 2020 ansteuern. Okay, das musst du dir einfach mal im Hinterkopf behalten, dass du nach unten hin recht flexibel bist, nach oben hin natürlich nicht. Das musst du einfach mal im Hinterkopf behalten. Und ich hoffe, dass, wenn du die Bridge benutzt, das vielleicht so die eine oder andere Frage beantwortet, beziehungsweise du jetzt verstehst, warum du das eine nicht siehst, oder wenn dir halt irgendwelche Funktionen fehlen, wo du sie jetzt zukünftig aktivieren kannst, oder wie du das Ganze einfach besser unter Kontrolle haben kannst. Okay, das ist mein Tipp für heute. Wenn du ein bisschen mehr über die Bridge wissen möchtest, ich habe auch einen Videokurs Bridge für Fotografen. Da gehe ich so ein bisschen darauf ein, wie man mit der Bridge im Prinzip seine ganze Struktur verwalten kann. Warum ich zum Beispiel auch mit der Bridge viel lieber arbeite als mit Lightroom, das ist halt einfach bei mir so. Ich bin ein großer Bridge-Fan. Und das zum Beispiel vielleicht als zusätzliche Info, falls du noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen möchtest. Ansonsten habe ich auch eine komplette Quick-Tip-Playlist über die Bridge, wo du auch noch ein paar mehr Infos darüber kriegst, was die Bridge eigentlich so kann. Falls du da Lust und Laune hast, einfach mal reinzustehen. Das war es im Prinzip erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du im nächsten Video auch wieder mit dabei bist. Abonniere den Kanal. Lass mir gerne einen Daumen da, wenn dir das Video gefallen hat. Und aktiviere die Glocke, dann wirst du auch nichts mehr verpassen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Bis dann.